so nämlich ausschießen wir könnten loslegen also mit einer mission ja das ist auch gut oh alter junger einfach flash bangen komplett über die map hieken ich einfach unter die decke von 1 tsk ist ja so böse ich muss nicht ratieren das tsk ist ja sowas von böse das war das wo kam das her zu hinter dir wie je kommt je vor okay holter ist das das fies alter da kommt noch der andere ich will mir so eine gasmaske ganz ehrlich das geht doch nicht ich sehe gar nicht in den gas ausgezeichnet so und wieder neue cs-gas patronen ich habe mich selber reportet ich bin so am arsch ne holy shit also mein ganzer körper ist rot nein wieso kommt da noch einer mit dem taser moment, moment, moment ich habe keine munition mehr ich habe keine munition mehr ist das mies gleich hinter der tür zu stehen ich habe hier noch meine shotgun ja vor allem ich kann von der seite gar nicht warte stelle ich mal die tür stelle ich mal die eingangstür komm komm stell dich mal hin komm du wichser komm schild hat die shotgun die schaden gemacht nein gar nicht gar keinen ich möchte mal ausprobieren ob ich den warte warte bist du da noch ich komme wieder ja ich bin da ich bin da ich bin da mal ein bisschen noch mal ein bisschen ich bin da okay doch aber nicht viel nicht viel ob es einer schafft hier raus aus diesen gewirr und wieder vor vorn das ist so geiler hinter das parcours oh mein gott ich bin nicht mehr der gebieter über meine blase kann man jemand mit dem taser töten ich glaube nicht okay schade ja ich bin schon tot so was machen wir eigentlich jetzt wo kommt denn da ständig der taser her aber jetzt ist gar nichts mehr machen wenn du scheiße ich habe schon die eigens hier raus gesprengt ich bin verblutet ja das ist so geil da kann man schon mal waffen ausprobieren ja genau ich weiß was ich für eine waffe ausprobieren ich weiß ich habe die shotgun die m4 ich dachte beim probieren zwar aus kennen wir gar nichts hier hä wieso macht die shotgun ist ja mal mega trash hä ist ja voll trash ich muss dir dreimal mit der shotgun in den kopf schießen damit du stirbst was ist das denn eigentlich muss die one shot sein nein hast du zivier daran platziert nein nein das war schon so das war schon so das war schon so gefeucht so ich bin raus ich bin raus ich habe es geschafft nein du bist durch gekommen ja ich bin durch ich bin auf der anderen seite wieder raus ich bin wieder beim naja beim opfer ich bin dann wieder zurückgegangen ich bin einmal hin und einmal wieder zurück ja um zu kämpfen ja um zu kämpfen ja um zu kämpfen ja um zu kämpfen oh komm er kommt ja von hinten ja sie hi 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 liet kill dich doch selbst zivilien zivilien welche zivilien haben wir denn gekillt der hat grad draußen die zivilien gekillt der hat grad draußen die zivilien gekillt der hat gestorben hä ja ich hab dich gekillt hi ricky ja warte boah jetzt humpel ich auch zum ersten mal weh ich hab noch nie war nie so verletzt als ich humpelt hab mein herz war noch nie so gebrochen mein herz war noch nie so gebrochen oh hier jetzt weitergehen hä kann jetzt sein hä zivilien wieder ein zivilisten wie ich dir immer zivilisten oder zieht dir die leute in der waffenkammer ja ja ich wollte meine waffe ausprobieren ich hab dich dreimal getroffen eigentlich so mit dem taser ach du willst du ich ja geh hi hi nein da ist noch einer viel Ruhe aber mal nebenbei wollen wir dann noch eine mission machen also ich frage für einen freund was wollen wir noch eine mission machen also ich frage für einen freund ich geh schon hoch ich komm mal mit also ich hab's ja einmal geschafft den todesparcours hier zu überleben das heißt ich kann heute abend gut schlafen jahr schade dass man wie im guellack nichts ruten schmeißen kann so mit stein beschweißen oder c4 oder sowas so schön c4 meinen raum geworfen aber ich glaube die können uns von oben von unten nach oben erschießen oder ich bin ich bin hier auf der brücke oben und direkt über die ricky ja genau hier oben noch weiter oben ich krieg keinen schaden ich habe maske auf wenn man hier einmal kann er auch nicht runterfallen ich dachte so von oben rein springen so ihre taktik einspringen und dann mit seil wieder rausklettert das ist das ist mein killhaus das wäre mal eine karte für cod oder aber nicht so also kick killhaus gibt es schon das stimmt so kommt er auch nach oben ja ja